Moin, moin, meine Baumwollpflücker Okay, komm, guck mal Ey, wenn du jetzt weiter so frech redest, Junge, kriegst du aber ne Bugbeifahrbar vom allerfeinsten, ne? Weißt du, was ich dir gebe? Kamerad, immer ruhig bleiben Gib dir einen Kühlschlag, Digga, du kleine Fotze Leg dich nie mehr an mit mir, du kleine Fotze Pommes! Nein, Pommes! Sie haben Pommes umgebracht, die Schweine! Holst du dir mal ein Fahrzeug, holst du dir mal ein Fahrzeug Ups, tschuldigung Pommes! Pommes! Alles gut, da, Pommes! 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 Auf damit! Pommes! Pommes! So, ich setz dir meine Handschellen fest, äh Pommes! Pommes! Wir gehen mit den Handschellen ans, äh Zack! Nummer 1 Und was ist mit dem anderen da hinten los? Der macht ja einfach weiter, als wäre nix War der nicht gerade im Koma? Hä? 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 Navigato für die Abholung Hä? Er füllt aber mit nem Brennse Benzen Ja Moin Juckt ihn gar nicht, ja ist kaputt, brennt, extrudiert, alles, ich fahr weiter Hops, auf ner langen Reichweite ist die Pistole die beste Die pushen jetzt vor Gut, ab jetzt fokussiert ihr immer die Feinde, die am nächsten dran sind Hä? Hä? Wo kommen die denn weg? Hä? Klären wir das jetzt oder was? Ich bin in den Dusch Klären wir das jetzt oder was? Oh mein Gott! Ayo! Gefällt dir das? Hä? Gefällt dir das? Gefällt dir das? Vertragen wir uns jetzt wieder alle oder was? Hast du jetzt deinen Zwanz an ihn gerieben oder was? Ja hab ich, um Dominanz zu zeigen, das machen wir dem Tierreich so Verlacht nochmal Ayo! Da musst du auch noch anpisten aber ne? Ich bin ein Homo Sapiens wie sie alle Ayo! Tomo! Okay, tschüss! Ja! Das ist auch ein Fluch! Das ist ein Schlimmes passiert! Ein Hund im Büro! Ja, keine Ahnung wo... Ein Hund im Büro! Hallo! Wo hab ich Dienstfall? Das liest du dich sicherlich einrichten, ja! Oh mein Gott! Schöner ist! Hilf es! Dino! Raus! Bibi! Hallo? Bibi! Okay, das scheint so als wäre das ein Erdbeben Auf der Insel hier! Glücklicherweise... Glücklicherweise zahlt man hier auf der Insel nicht! Ja, komm! Schichtstandort! Komm mal her! Ja, Schichtstandort! Was langweilig ist, kannst du ja abziehen! Bis gleich! Ah! Nein, sie ist aufgelegt! Nein! Komm bitte! Bitte! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ähm... Ich hatte ne kurze Frage und zwar... Kann man ja... Beim Startgefängnis jetzt... Da einbrechen und da diese... Gefängnisfeilung rausziehen, oder? Bruder! Das geht ja jetzt mittlerweile! Ich sag's mal kurz auf ihre Art! Hm... Aber können das nur Fraktionen... Dann wär ich ausgerastet und wenn es zu dieser... Hilfe ist... Ist egal! Bei beiden Weeds! Komm! Bitte geschehen! Oh mein Gott! Ich muss Sgt. Breed mit sein Schlender! Sag mal Papa! Gott! Leni, was ist denn jetzt? Bist du nicht oben? Warum hilfst du denn nicht deiner Mutter in der Hähnchenfabrik? Hiiii! Okay, ich hab Kopfschmerzen! Ich bin in der Hähnchenfabrik! Sag mal, siehst du aus wie ein Hähnchen! Ich muss ja wirklich sagen, ne? Ich fühl den... Er ist sechs ja sowas von komplett, ne? Ja! Ich hab vier mit sechs! Ich hab vier mit sechs! Da fahren! Oh! Oh! BACHI! 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 Wir stützen ab! Wir stützen ab! Wir stützen ab! Was? Was? Wieder rauslaufen, ne? Wie soll ich da laufen? Nein! Dadurch, dass ihr Knie NICHT gebrochen ist! Der Splitter! Nein! Nein! Oh nein! Was hast du getan? Okay! Entschuldigung! Wiese Reißhutsen! Anatoly! 100k, ne? Ich bin nicht runtergefallen! 100k? Bruder! Wir stehen noch nicht am Dauer! Wehe! Wehe du! Nein! Ja! 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 Wahnsinn! Wir da raus! Frau Malz ist das Ihr Scheiß Ernst! Meine Tochter geholfen wird und alles andere klären mir danach, ne? gute besserung ja das war eine süße maus also die tochter ja na klar ich meine wenn ich schon sagt auch das ist die kollegen aktuell sieht es noch so aus dass keine chance besteht ihren eintritt in das pd zu gewährleisten okay dürft ihr grund erfahren ja ich glaube da sind noch ermittlungen offen mehr kann ich dazu aber auch allerdings nicht sagen wer kann das denn auch das weiß ich nicht ich hab's gesagt mädels ich hab's gesagt ja gut da freue ich mich was für ermittlung also also das ist keine information habe ich darüber ein richtiger schwerverbrecher ich merke das schon ja gut danke ich mir bedanke ich mich trotzdem ja bitte gerne wo seine ganze kraft vom wixen oh mein gott es hat mich so erschrocken alter ich dachte ich bin im himmel oh mein gott das ist nein ich kann mich nicht beruhigen digger ihr raubt seit einer stunde meine zeit die raubt seit einer stunde meine zeit ich kann meine fresse nicht halten ich bin kurz vorm explodieren allem du kannst dennoch so rumschreien wie du möchtest droh mir amunakolim was willst du machen droh mir amunakolim ich bin gangster ich stand schon vor 20 gangster mitgliedern amunakolim die haben mir gedroht wenn wir zu drohen vorher dein leben ab amunakolim feuer mein name ist körper hier ich beobachte meine angebetete wie sie gerade gegen diesen kaktus ich muss sagen es tut mich ein ein bisschen an das finde ich komisch körper hielten ende das tut mir leid also das tut mir leid das wurde was gemacht habe in der forums applikation geschickt da haben sie ultimativen beweis and away bei mir ist er wirklich grün gelben sternen und unten ist er blau also übrigens das bezüglich der der ausbildung daran geschehen um den tschettungswänden als hier ab hey wo der fack sagt mir nicht dass wir jetzt wieder alles jetzt hören habe es erschienen und jetzt reignet also ich habe ganz klar nicht gesehen dass es beschneidet ich auch nicht bei reide reide die transit du haben eine fake taxe gerufen steige rein nein der akkobel möchte sein sparsamig fick dich nein 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 das geht nicht zu zweit also aqua ich sag dir jetzt schon ne das wird mein vater fern das fressen wird was du weißt du was aqua nicht erzählt hat bohren ey ach aqua wurde gefickt scheiße hei macht mich tot wasch abend schon guter erbin alles gut so und bei ihnen ja alles sehr sehr bisschen nervös oder ach nee nee ganz gelessen eigentlich ist ja auch nicht so viel oh perfekt kann ich mir ein bisschen nur eine oder ja ich denke mir das dürfte ausreichen oh perfekt danke schon pro lewén sie haben mir schon den tag gerettet wissen sie das niemandem was sagen okay sonst stehende hier alle schlange kommst du mit das ist ja eine gold grobe hier hat er gerade eine klorolle bekommen das ist das das wird nein nein hat er nicht hat er nicht alles klar müssen sie gerade noch eben schnell aufs klo oder alles gut das ist nur vor so ach so weil wichtig